Es brennt schon wieder. Ja, 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 schon wieder. Das war das Lied von der Gewalt im Fernsehen, die wir alle doch gern sehen, wenn wir ehrlich sind. Beim Autorennen, die wiederholen ja immer die Unfälle und so. Oder beim Skifahren ist immer die Unfälle wiederholt. Attentat, Zeitlupe, Vergrößerung. Das wollen wir gerne sehen, oder nicht? Na gut, jetzt kommt was Nettes. Woran denken wir, wenn wir was Nettes sagen? An den Grünkohlpflücker aus großen Kneten. Bei uns im Trio am Standschlagzeug, der Erfinder des Standschlagzeugs, Karl Knapp. Reggae, 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 Reggae. Obwohl er einer der besten weißen Reggae-Schlagzeuger überhaupt ist, wie seine Freundinnen sagen, verzichtet er bei uns im Trio darauf, Virtuosität zu demonstrieren. Dynamische Inkompetenz ist angesagt. Braune Burschen spülen am Strand auf selbstgemachten, folkloristischen Instrumenten. Geschmeidige Körper wiegen sich im Mondlicht. Vom Grand Hotel weht der Nachtwind hin und wieder einige takte Tanzmusik herüber. Gläser klingen, lachen, weiße Jacketts und schöne Frauen. Heino de Witt oder Watt sitzt in der Bar, die Pfeife in der Hand, schaut er dem Trio de Janeiro zu. Wohlwollend. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020